Das war das Sommerrennen im Sommersemester 2018. Macht mal her! Ihr wart ein super, 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 super geiles Publikum. Vielen, vielen Dank. Ihr wart richtig, richtig geil. Das letzte Mal dieses Semester. Es war super, es hat viel Spaß gemacht. Wir danken allen, die uns geholfen haben beim Einlass. Am Licht. Am Vorhang. An der Technik Basti und Olaf. Macht mal Lärm für Olaf und Basti. Und unsere Backstage-Helfer, die Leute an der Bar, vor allen Dingen Anne, die das gerade organisiert hat. Abbauhelfer, Aufbauhelfer, Allehelfer. Dann unsere Kabarettisten, die Band. Wir sind Markus an der Posaune. Fabi am Saxophon. Unser Bandchef, Mischa. Und der allersüßeste Muskelkater, Jakob. Miaubliat. Diesmal zum ersten Mal mit dabei, unsere beiden Gitarren, Basti und Lukas. Und unser Bassist, Tim. Am Schlagzeug und auch das erste Mal mit dabei, Jonas. Und wir haben noch ein paar Leute in petto. Zum einen unsere Sängerinnen, Majo und Anke. Mach mal Lärm. Luise und Aileen. Auch das erste Mal mit dabei. Unser Sänger, David und Schmidt auch. Auch zum ersten Mal dabei, Risse. Und Theresa und Bervin auch zum ersten Mal dabei. Felice und Moritz. Und Max und Schmude. Unser Tyrannosaurus 6, Chris. Vielen, 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 vielen Dank. Und ein riesen Applaus an unsere Cover-Chefs Judith und Baron. zum ersten Mal. Macht mal noch einmal ganz viel Lärm. Das letzte Mal dabei für dieses Mal. Judith! Und Tim! Ein riesen Applaus, bitte! Tim und Judith! Vielen, vielen Dank! Spielt den Greschensung noch mal! Spielt den Greschensung noch mal! Schweret sich! Ich hab' bei Google geschaut und glaub' es ist bald aus. Ist bald aus. Und die sterb' sicher bald, Nicht schon wieder. Nachtschmal ist es sehr zäh, Manchmal to Он nicht inаздlich. Und ja hier ist ja würd' ich sah an! Ich fake, 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 ich fake es Dann schieß mal los, wann haben das Übel seinen Anfang Ich denke nicht, dass du stirbst, jetzt mach mal halb nach Denn wenn man Google befragt, dann ist es meistens Krebs Oder Aids Dann wirklich, ich bin bald tot Nicht schon wieder Nein, diesmal ist es kein Blas Ja, manchmal blutet die Nase, manchmal schmerzt meine Blase Manchmal kommt mir der Bauch, manchmal scheide ich nicht auf Manchmal ball ich zu Boden, manchmal zwingt mir der Hund Oh no! Ich fake, 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 ich fake es 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 Willst du, dass du mich verarschen willst? Das ist ein Probe für ein Aids Ich sterb und seh, dass du ne Schild Ich bin Profi und weiß, dass du Hypochonder bist Ich gib's auf Schreib mich doch bitte mal für morgens Rückschrank Schmude Ja, manchmal brennt meine Zunge oder manchmal die Lunge Manchmal krabbt meine Hand, manchmal reißt die Einwand Manchmal denk ich nur, weil ihr habt geschmollene Eier Oh no! Ich fake, 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 ich fake es 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 Sex outfit, sex outfit!